Gemeinschaft ist mir wichtig, mit den verschiedensten Menschen, mit denen man sonst nicht zusammenkommen würde, den Glauben zu feiern und das Leben zu feiern. Das Schönste und Ergreifendste ist, Menschen in besonderen Situationen zu begleiten. Sei es natürlich bei schönen und leichten Anlässen wie bei Taufe oder Trauung, aber auch gerade beim Abschied, bei der Beerdigung, wo es für mich sehr ergreifend ist, einfach Menschen in so existenziellen Momenten begleiten zu können und ihnen auch Trost und Hilfe und auch Lebendigkeit zusprechen zu dürfen, wo von Gott her nochmal mehr Leben und neues Leben drinsteckt, wie wenn es nur unter uns bliebe. Wenn ich das in einem Satz sagen könnte, dann wäre ich selber froh. Es sind viele einzelne Dinge, da gehören Menschen dazu, da gehören Situationen dazu, Momente, Erfahrungen. Ich würde es vergleichen wie mit einem besonderen Musikstück, wenn man gemeinsam musiziert im Chor oder Orchester, wo man sich in das Ganze einfügt und feststellt, ich bin zwar nur ein Ton, nur eine Melodie in dem Ganzen, aber das macht Sinn und es ist wichtig, dass ich da dabei bin und dass ich auch meinen Ton mit einbringen kann. Jeder, der keine Zweifel hat, macht sich, glaube ich, auch was vor. Ein Professor von uns hat früher mal immer gesagt, Krisenmomente, wunde Punkte, die man hat, dürfen zu Wunderpunkten werden. Und so habe ich das auch erfahren, auch im Blick auf eine eigene Krebserkrankung zu spüren, dass da, wo man auch an Grenzen kommt, es hinterher nochmal anders und neu auch weitergehen darf und dass man auch dran wachsen darf. Krisen gehören existenziell zum Leben mit dazu, nicht nur für angehende Priester, sondern für jeden Menschen. Jeder kommt von Herausforderungen, die er sich selber nicht ausgesucht hat und mit denen dann umzugehen und selber einen guten Weg zu suchen und dort Sinn zu stiften selber. Wo das Leben manchmal keinen Sinn macht oder wo die äußeren Umstände sinnlos erscheinen, sehe ich es auch als meine Aufgabe, da selber Sinn zu stiften. Ich habe, weil ich aus einer Bruder-Klaus-Pfarrei komme, das Gebet des heiligen Bruder Klaus ausgesucht. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm ich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Am Sonntagabend, den 14. Mai, sitzen wir zuerst noch mit meiner Familie und ganz, ganz lieben engen Freunden im Priesterseminar zum Essen zusammen. Da werden wir vom Bischof noch zum Essen eingeladen und im Anschluss werden wir dann noch den Abend gemütlich ausklingen lassen und einfach noch den Tag genießen und vielleicht auch noch ein Glas Wein trinken.